Aua! Nein! Wie geil ist das denn? Nein! Scheiße! Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Brick Force Beta. Ich habe es jetzt schon mal gespielt, aber der Sound ist kackt. Ja, schön, stimmt ja. Auf jeden Fall war ich da halt ein bisschen leise. Ich hoffe mal, es geht jetzt so wieder. Erstmal jetzt in den Shop. Ich brauche, wie viel Kohle habe ich denn? Hier, Vorschau. Ja komm, kauf! Preis, mein Guter. Komm! Ja, der Ding ist in die Pfanne! Na egal. Gut, dann suchen wir uns jetzt mal. Hier, schnell! Ist sie die Nehme, die spielt hier immer auf. Ist sie die Gehüri, die a la Ini? Fixt wurde gekickt? Ja, Mann, na und? Ready? Da ist sie! Da ist sie! Na, na! Oh, wir wissen jetzt wirklich. Wir müssen jetzt nicht rausgucken. Sooo, was haben wir hier noch? Bunker. Da waren wir gerade eben schon drin. Jetzt klappt's. Juhu! Individualisier. ja er ist tot mein erster ja ich musste gerade wo es kommt ja so komme ich nicht hoch ja ja wie geil ist das denn alter du bist tot du wichser guck die Blase wird abgeknallt hallo stirb da wo ist voll da 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 wo ist der Typ Nein! Mach mal hoch! Kacke! Aua! Oh, diese Kirche! Die kann einen aufsehen, du! Glutzer! Aua! Alter, mit der Granate! Gut, ich zeig auf dem Bildschirm, wie ihr sowieso nicht seht. Mit der Granate habe ich den erwischt, ey! Oh, jetzt geht's ab! Jetzt geht's auf die Fresse! Treff ich dich mal! Aua! BTF, wie trifft denn der so gut? Alter Schwede! Ja, was mich noch ein bisschen stört, ist, dass das nicht Fullscreen ist. So, jetzt hier! Granaten-Power! Aua, wie macht denn der das, alter? Alles, alles, alles Cheater. Hacker, Cheater. So, Granaten-Power. Aber steht zwar kein Wort, was der da sagt. So, Granaten ist geworfen. Jawoll! Nein! Ah! Scheiße! Ja, 6, 2, 5, wort das auch immer heißen tut. Abwisch! Knackst die Bums! Granate, Granate! Komm schon! Ja! Stirb, stirb! Juhu! Alter, das macht ja so Laune, alter! Ja, das ist kein Stück wie mein Killer! Blut aus der Blöcke! Ja! Sehr fest! Das ist einfach mal voll Hammer, das Spiel! Juhu! Tot ist er! Das ist... Also... Das will ich eigentlich... Aua! Komm schon, die Granate! Kält ihn! Och, Manu! Noch ne Granate! Ja, spiel mal! Juhu! Nein! Da respawns der Typ! Ne Da ist mal wieder wie so'n'kleines Kind weg, das Spiel, ganz ehrlich! Wisch! Nein! Dann bist du einfach ein wenig Scheiße. das mit den leitern könnte man auch noch verbessern ist er wieder und er kommt nein da kam der wirklich runter der penner scheiße also auf jeden Fall schwer ist es immer noch das aiming das ist mal viel zu schwer also das ist ja ein wahres Zeug da dort ist er ja ja keine Ahnung ob das gut ist um 0 Pink zu haben wobei das bestimmt bei jedem so stimmt ähm Granaten Power komm schon Power was ein penner Punkte stand also ich will mal sagen ich hab ich spiel das zum ersten mal gerade weg hier komm schon ja hu 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 gut ja ja die Kinder kann man ja nein da war ein Lea da gibt er mir einen Hatcher der Penner oh Mann Alter in halben Stunde würd ich eigentlich ähh laden scheiße das schaffe ich gar nicht egal hui oh das wird eng tot Doppelkill war weißt es ist Das Spiel wirklich erfolgreich wird, das ist von einem Berliner Konzernverein, Hersteller, Infernung, Exegames, Dinges, ne? Wisst ihr Bescheid. Äh, was ist das? Also an mir hat es nicht gelegen, das weiß ich jetzt schon. Also an mir hat es nicht gelegen. Ähm, bewerte die Karte und erhalte Brickpoints. Ja, okay. Mach ich. Äh, bewerten. Juhu. Okay. Nächster Raum, wir hauen alle weg. Alter. Juhuiui. Jetzt gehen wir mal in den Schraubfieber. Darauf nutze ich immer noch. Ähm. Für einen Tag. Hab ich auch noch nicht. Haa. Ich frag mich, wo dieser Bee-Hammer ist eigentlich. Egal. Ähm. Kann ich kitcheln? Und ready. Zapp-Fibbel. Screenshot-Power. Muss ich mal... Kickt. Äh, okay. Okay, okay, mach ich nachher. Gut, ne. Zar-Fibbel, für Leute, die das nicht wissen, das ist, ähm, der Dennis von Petsme. Der Dennis Bram, der heißt ja auch Zar-Fibbel. Mal schreiben. Ach du Scheiße, niemals. Das ist voll das Grinchy-Game, Alter. Oh, hin. Also das Springen ist eine... Qual. Offensive. Nachlad, hui. Tot ist er. Zar-Fibbel. Ben-Tiky-Rim-Hakali-Ki-A-Hi-As-O. Ja, bin ich ja nicht von allein draufgekommen. Gibt's ja gar nicht. Ich hätt' gern noch nen Auf-Gel. Oh, das wär gut. Jawoll, Double-Kill. Drei Schuss, Alter, hilf mir. Ja, war jetzt nicht allzu schwer. Hey, das macht so fun. Aber hat irgendwie so ein bisschen Half-Life-Mäßiges, finde ich. Weiß nicht, wieso, also. Jetzt, äh. Alter, mich verarschen. Und ich wollte noch sagen, na los, jetzt geb ich dem fetten Headshot. Der hat mir grad nen... 100... Alter. Also entweder ist der Typ wirklich gut, oder das... Das ist das, was ich glaube. Ich knall dich weg. Das Map ist viel zu groß für Only Pistol. Aber es ist schön gemacht. Also ich... hab mein Spaß. Alter! Was ist denn das? Ja, ist klar, logisch. So. Ey, was geht's? Du bist da. Na, du? Na, du? Na, du? Na, du? Na, du? Na, du? Ha, wie geil. Alter, mit der Pistole triffst du doch kein Stück. Also, na. Döp, 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 döp. Alter Fall... 360 360 Ja Nein bettel mich das ist ein japaner So ein richtiger kleiner Japaner ist das.